Rauschkowitz e.V. ist beendet. Ich frage ab. Protest. Alles in Ordnung. Zielfelder. Auch alles in Ordnung. Der Start kann weiter gefährden. Startposition einnehmen. Auf die Bände. Startposition einnehmen. Startposition einnehmen. Und hier die Zeit für die Feuerwehr Rauschkowitz e.V. 40,46 Sekunden. Es geht jetzt an den Start. Die Urzfeuerwehr Schämpchen bereitet sich vor. Die Urzfeuerwehr Weigersdorf. Als siebentes schrommelt hat die Feuerwehr Geismannsdorf. Und nach Geismannsdorf würde ich die Feuerwehr Progaukelten den zweiten Laufstand durchzuführen. das waren die Hände aber auch die Feuerwehr und die Feuerwehrsdorf. Das sind die Feuerwehrsdorf. Der ist in Ordnung. Der ist in Ordnung. Cordek, Cordek. Oh Gott, ey. Warte, vielleicht auch kein Wetter geben. Dann kriegst du weg. Du, vor der Fluss muss da sein, Leute. Ja, das ist nur so ein Wälder. Ist eh alles anders, ja. Mach klein mal den Peckel auf. Mach klein mal den Peckel auf. Den Peckel auf. Hau ab. Der Rauch unterschieben gar nicht scheiße. Ruhig bitte zu mir rüber. Keine Nahleitung getrieben müsste. Gut. Tobi. Tobi. Ganz liebende. Super, danke. Da scheint man die Helmkamera auf, bevor die Batterie alle ist. Ne? Na gut. Dreh, drüber nur nach. Oder so. Da sind auch so kleine Gesessenhundert. Tobi. Nied, komm mal hin. Wirst du noch ein schönes Bild haben? Wo schalte ich die aus? Wo muss ich hier drauf drücken? Oben